Hier mal eine kleine Komplettübersicht über die Grundrechengesetze, die du drauf haben solltest. Das Kommutativgesetz, das Assoziativgesetz und das Distributivgesetz. Kommutativgesetz bedeutet so viel wie, dass du die Reihenfolge von Summanden bzw. Faktoren vertauschen darfst, wie auch immer du möchtest. Assoziativgesetz bedeutet, wenn du mal mehrere Summanden bzw. mehrere Faktoren hast, dann kannst du selbst bestimmen, wie du die nebeneinanderstehenden Elemente verbindest. Also ob du zum Beispiel sagst, ich will erst die ersten beiden Summanden addieren und wenn ich damit fertig bin, dann mit dem dritten. Oder ob du sagst, hey, nee, ich möchte lieber erst den zweiten und dritten Summanden addieren und danach mit dem ersten. Vollkommen egal und dir selbst überlassen. Und das Ganze gilt nicht nur für die Addition, sondern auch für die Multiplikation. Das dritte Rechengesetz ist das Distributivgesetz, das heißt so viel wie das Verteilungsgesetz. Nun muss ich ehrlich sagen, finde ich diese Übersetzung nicht sehr intuitiv. Besser wäre, wenn du dir merkst, dass im Distributivgesetz das Einklammern bzw. das Ausklammern drin stecken. Obwohl auch das Wort Einklammern gar nicht so schön ist. Besser wäre ausmultiplizieren. Also ausklammern und ausmultiplizieren. Das steckt im Distributivgesetz drin. Und anders als beim Kommutativ- und beim Assoziativgesetz, wo ja dieses Rechengesetz sowohl für die Addition als auch die Multiplikation einzeln erklärt wird, stecken im Distributivgesetz beide Rechenanweisungen in diesem Gesetz drin. Das solltest du dir vielleicht nochmal merken. Aber wir schauen uns gleich diese drei Rechengesetze nochmal konkret am Beispiel an. Nur vorher noch eine wichtige Anmerkung, ein ziemlich häufiger Fehler, der immer passiert. Und zwar kannst du bei diesen Termen hier oben beim Assoziativgesetz nicht einfach die Klammern auflösen, wie du es hier unten gemacht hast beim Distributivgesetz. Also du kannst nicht einfach sagen A plus B plus A plus C oder A mal B mal A mal C. Das geht wirklich nur dann, wenn du hier ein Mal und hier ein Plus- oder Minuszeichen stehen hast. Einfach, weil ja die Punktrechnung stärker ist als die Strichrechnung. Nur deswegen klappt das Ganze hier mit diesem Ausmultiplizieren. Hier oben bitte niemals irgendwie an Ausmultiplizieren denken, weil die Rechenanweisungen ja gleich stark sind. Hey, ich hoffe das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich zufällig demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere Online-Kurse von mir zur Klausurvorbereitung verlinkt, mit denen schon mittlerweile über 3000 Studenten ihre Prüfungen bestanden haben. Wenn dir das Video weitergeholfen hat oder du möchtest, dass in Zukunft weitere Content erscheint, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonniere den Kanal. Danke dir.